und natürlich meinem iron man fans kommt auch was dazu von ausgabe 65 wir bauen den iron man von fanon hier auf meinem kanal heute geht es ans becken teil viel spaß also mal beckenhalterung es geht sich um dieses teil wo später natürlich die beine dran kommen dieses teil das geht sich heute um den bau also wir haben jetzt eine ausgabe jetzt mit zwei machen wir mal auf ich manchmal warum das aus plastik gemacht dann ist alles plastik warum soll das metall gemacht haben schrauben sind auch dabei so jetzt müssen wir mal gucken jetzt ist links markiert dann kommt hier so ein teil wo die feder herankommt das kommt hier rein dann wird das hier zusammen gesteckt die einfachste methode funktioniert nicht das ist ja klar so jetzt haben wir es gut jetzt die schrauben die wir haben die dazu gehören das wird wieder ein kurzes video ist er gerade schon noch eine schraube oh ja hier noch eine schraube rein alle es bleibt diesmal keine schraube übrig glaube ich bin vor oder habe ich es richtig gemacht ne es kommen nur doch nur drei schrauben rein das das loch hier unten bleibt anscheinend frei ja gut das war schon ausgabe in meinem alltag fängt man an die grauen grauen gehirnzellen ja egal ausgabe 65 ausgabe von der firma fanhome vom iron man so sieht's aus ja ansonsten sehen wir uns wieder bis dann euer maik und wenn es nicht gemacht hat meinen kanal zu abonnieren würde mich viel zu freuen daumen hoch zu geben würde mich auch freuen für meine ganzen anderen sachen ich hier ne mache ansonsten euer maik ciao so